hallo schön dass ihr da seid danke fürs einschalten und wie ihr sehen könnt seht ihr gar nichts weil wir hier vor einer fahne stehen ja es gibt immer noch es ist derselbe auftrag wie beim letzten mal ein wilder clown ein wilder wilder clown der ganz schön verrückt ist ich denke es wird hauptsächlich darum gehen den zu lernen vielleicht bin ich ja auch flott ich sollte ihn bewerben auf jeden fall und meine axt anzünden ich finde es immer noch sehr witzig dass ich die feuerwehr an dachs anzünden kann wo aua anvisieren hilft wo ist die kugel hin jetzt habe ich angst und und Jetzt habe ich Angst, weil hier keine Kugel ist und der Clown kommt. Verdammte Axt, diese dämlichen Bomben, die sind so nervig, ja, gut, jetzt haut er ab, okay irgendwas ist, irgendwas ist äußerst seltsam. Nee, den Flammenwerferboy, den brauchen wir nicht, der da hinten dran hängt. Warum ist das jetzt gerade hier so komisch? Okay, soviel dazu. Mann, ich hasse ihn jetzt schon, es hat gerade erst angefangen, ich hasse diesen Clown jetzt schon. Ah. Oh. Alles Zeug, was ich schon habe. Alles Zeug, mit dem mein Inventar bereits voll ist. So, kommt jetzt die Kugel. Jetzt ist die Kugel wieder da. Es ist doch zum Mäuse melken. Ich hasse diese Stelle. Es sind, es ist dieser dämliche Bomb-Buddy, der da links an der Seite steht. Und der... A. Hm. auch eigentlich nichts davon aufsammeln weil ich alles schon mal habe so kügelchen was ist das eigentlich man sieht's kaum wahrscheinlich puppenkörper nee 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 lasst mal bleiben ich wollte nur meinen Loot also wenn ihr jetzt hier runter kommt dann verprügel ich euch natürlich aber da oben bei dem Bomb Buddy da habe ich jetzt nicht so Lust drauf so sehr gut jetzt zum Clown würde ich sagen kommen wir noch einen Meter hierher ich muss jetzt erstmal seine sein moveset kennenlernen so natürlich nicht so kann ich überhaupt nichts kennenlernen ich hasse ihn ich hasse ihn diesen Clown das ist dieses dämliche Ding der kann doch nicht mal was Mann, 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 Mann dann jedes Mal der Weg dahin es ist ja auch nicht so dass dieses Zeug was man dann aufsammelt irgendwie wenigstens Erfahrungspunkte geben würde sondern nö, man ist einfach voll oh, ich habe die Kugel vergessen das war eine Frage der Zeit es war eine Frage der Zeit bis ich die Kugel vergesse Jungs kommt ihr hierher ich werde euch sehr verbunden wenn ihr ein bisschen weg von eurem was zum nee irgendwie irgendwie das waren gerade seltsame sehr, sehr seltsame Bewegungen die Pinocchio da gemacht hat wer weiß, was ich auf meinem Controller eingegeben habe aus Panik auf die Pinocchio dann auf diese Eingaben auf die Pinocchio dann reagiert hat ungeschickt ich muss ihn wirklich bewerfen den Clown ich muss schauen, dass ich den Clown beworfen bekomme um einfach schon mal ein bisschen Damage zu machen nein, ich habe die Kugel vergessen ich habe die Kugel geschlossen ich habe die Kugel Okay. Luch. Alter, nee, nee, das ist, was zum, ach, ich bin tot, ey, warum, 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 Sag mal, der droppt einen Sichel-Mondstein. Okay. Einfach schon mal halbtot. Erstes Leben schon weg. Erste Heilung schon weg. Nein, geh raus da! Ach Mann, nein! Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Diesen dämlichen Flammenwerfern. Oh Mann. Nein! Oh Mann. Ihr seid voll ätzend. Dass ihr euch auch nicht gegenseitig Schaden zufügt. Das wäre eigentlich nur fair. Oh Mann. Yeah! Oh Mann. Oh. Oh Mann. Eh. Oh Mann. Hm. Ich... Wie viel Schaden der macht, ne? Achso, jetzt kam nicht der... Alter. Mann. Hör auf, Mann. Und dann kommt noch direkt einer hinterher, ey, ne? Ey, ich krieg's nicht. Nein, 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 nein. Dass mich dieser dämliche, verschissene Clown so abzieht. Das macht mich richtig massig. Okay. Oh. 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 Was ist das? Was ist das? Okay, jetzt haben wir auch noch Zeit für den Bomb Buddy. Okay. 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 Fuck off. Wow. And? Okay. Okay. Let's go. nee 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 das gibt es nicht das mal so nervig okay mit dem folgen mit diesen feuerbrandbomben die ich werfen kann da hat er glaube ich fast keinen schaden bekommen und warum kriege ich die jetzt habe ich nur noch zwei okay seltsam okay wenn man die oft genug killt droppen sie irgendwann sich im mond steine ok okay okay Ah. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Nein, da kommt ja noch einer hinten raus, Mann. Warum? 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 Warum ist der Clown so schrecklich? Warum ist er nur so schrecklich? Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Und nochmal. Oh nein. Okay. Ja, genau. Roll dich noch zehnmal hin und her. Das ist der Plan hier an der Stelle. Auf jeden Fall. Nee, 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 nee. Zu viel Risiko jetzt auf den Bombenbuddy zu gehen. Blöder Sack. Komm her jetzt. Komm, ein bisschen schneller. Ja, ja, los. Meine Axt brennt auch nicht ewig. Bluch! Hör mal auf, Mann. Eine Attacke nach der anderen rauszuballern, ey. Das ist doch auch nicht mehr nett. Ey. Wie viel Schaden das macht. Und noch einer und noch einer und noch einer und noch einer hinterher. Ja, ja, ist klar. Oh, Mann. Und dann auf einmal wieder super schnell. Das ist dieser Kack. Drecksklauen, ey. Das ist der Kack. Das ist der Kack. Das war's für heute. Das war's für heute. Knauze! Hässliche, bombenwerfende Bastarde, ey. Jetzt wirft der Nächste seine Bombe. Und dann kommt so ein dummer Clown. Und dann kommt so ein dummer. Und dann kommt so ein dummer. Und dann kommt so ein dummer. Ich drück halt ausweichen, äh, verteidigen auch hinterher. Und dann kommt so ein dummer. Wichtig, 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 wichtig. Ich hab, ach man, ich drück Ausweich, ich drück Verteidigung. Und irgendwie trifft er mich trotzdem, weil sein Timing so off ist. Das war aber gut. Das war besser. Mann. Aber diese Bewegungen sind so nervig und mein Controller ist langsam echt durch. die droppen alle Sichel-Mondsteine jetzt, okay. 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 Nicht hüpfen, warum hüpft er denn? Okay. Er könnte sich wenigstens selber in die Luft sprengen, da oben der Kollege mit der Bombe. Zumindest das wäre nett. Clowns-Puppe. Komm jetzt her. Wollte den Schlag kriegen, um zu blocken. Okay. 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 scheiße nein fucking hell man hat es nur nach einem einzigen schlag die chancen schweren angriff durchzudrücken ich glaube man hat nur nach einem schlag die chance nach irgendeinem wenn ich den richtig blog dann habe ich die chancen schweren angriff durchzudrücken und ich bin auch nicht so gesprächig weil er mich echt anpisst der pisst mich echt an der kollege ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020